Elie Wäscher immer in den Namen nicht vor dem Bildschirm genau den solchen Laufner komm ich rufen Heddu kann man ja mehr abwäschte hier ja wir haben was cooles für dich Wortvorstellungen Tutorials Let's Plays Bullshit und so weiter ja und wenn ich das sind Prozent alles total interessiert und wenn wir mit unseren erotischen Stimmen die auch gefallen dann will ich dir vorschlagen da rechts oben in der Ecke da gibt es einen roten Balken der nennt sich abonnieren und da drückst du ja nicht drauf wer du tust das nein genau das geht nämlich genau das ist der Fehler wenn du jetzt nämlich uns abonnieren würdest das ist so von unseren Videos zu gestern wenn wir so viele Videos machen da da stirbt so dran ja also bitte nicht da oben rechts auf diesem roten Balken wo man so gerne drauf drücken würde würden da bei uns soll es auch bisher keine drauf drücken weil wir so cool sind aber wir machen es übrigens oben rechts über diesem Video wollte ich noch mal erwähnt haben genau da rechts oben in der Ecke okay und da will ich auf keinen Fall drauf drücken ja weil sonst kommen alle diese Videos von uns ja die werden dann bei dir in der Abo box erscheinen und das ist nicht gut weil dann musst du sie dir von uns anschauen wird wie so cool und da sind schon zehntausende Menschen dran gestorben die haben sich alle totgelacht er ist eine neue Form aus der Wende so wie das gefallen dann würden wir uns natürlich sehr freuen über einen Daumen hoch aber natürlich auch würden uns freuen wenn du uns abonnieren ist es ist es sind genau was ich noch sagen wollte nennen jetzt kommen dann auch schon paar hinten dran ist es kommen da jetzt noch so ein paar coole Ausschnitte hat irgend aus irgendwelchen Videos von uns so damit auch ein bisschen was zu lachen habt also wenn ihr noch lachen wollt dann bleibt dran sonst würde ich einfach sagen viel Spaß beim nächsten Video das ist ich bin die Kartoffel Hilfe Mann geradeaus links 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 geradeaus ja ja ne links nein rechts 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 das andere rechts ja okay jetzt einfach geradeaus dreh dich doch nicht immer links hoffentlich kommt nicht launch nein es ist launch so jetzt mal ganz ruhig ja wir sehen jetzt alles ruhig du bist schon tot jetzt wird der david wieder weg gehämmert du bist so ein du 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 Pilsnelke du ey David du bist so eine Pilsnelke ey nein ey das gibt es nicht der geht doch drauf Moon Boah ey da könnt ihr schon wieder aufregen mich ey zu David weg und booms kurz und baa bumm und ja dann wegbarmeln, das sag ich doch. Au, au, au. Au, au, nein, ich brenne. Wasser, Wasser, Wasser. Nein, ich wurde drüber geschlagen. Au, au, au. Oh, I have it. Willst du mich verarschen? Was für ein Arsch. Ah, huu, Mann, du. Ja, direkt mal ein Airstrike. Ja, 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 ist klar, ist klar. Ja, aber sie haben eh keine Chance. Ich bin ja bei euch. Und direkt mal gestorben. Ah, nein, das war ja ein Survivor. Nein, 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 du bleibst die Nubel. Nein, 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 du bist so ein Arsch. Die haben nix Chance, die haben nix Chance. Du bist der letzte Kondi. Was ist der Dumm? I, I burn now, I burn now. I, I, I am, I am, I am. Der Gammels, der Gammelserver. Würde ich mich ausreden lassen? Ja, sollst du. Was kannst du? Ich frage mich gerade auch. Ich brauche irgendwie Schaf oder so'n Käse. Schafskäse? Warum atmest du immer? Entschuldigung. Sofort aufzuatmen. Ich muss ja noch sagen, sonst kommt da wieder der Klugscheißer. Es heißt nicht die Strom, es heißt der Strom. Und außerdem ist das kein Strom, sondern eine Stromleitung. Heißen die nicht Oberleitung? Oberleitung, nenne? Ich nenne die aber Stromleitung, ja? Was schnell sterben. Was willst du eigentlich? Ich sage immer noch mit Hans Wurst, es ist mir scheißegal, dass du da wie du heisst. Ja, schön. Das ist jetzt wieder so lieblich gewesen. Es ist mir scheißegal, dass du da bist. Gibt es eine größere Zahl als eins? Ja. Als zehn? Ja. Als 100? Ja. Als tausend? Ja. Als 10.000? Ja. Als 100.000? Ja. Als eine Million? Ja. Als eine Milliarde? Ja. Gibt es einen größeren Deppen als dich? Nein. Es gibt also keinen größeren Deppen als dich? Ah, bist du schlecht. Was willst du eigentlich? Was sind das für Äumel? Ja, okay, das war's auf jeden Fall. Aber nur bei der Mindest du 16. Ja, okay, das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Meinem ist nur ein... Haha, tsch... Tsch... Hallo und seltsam in diesem Kanal in Multiplayer. Tsch... Tsch... Ja! Okay, jetzt aber wirklich. Da.